servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute haben wir eine erste tierlist parat für mythisch plus aus der vierten season von shadowlands das ganze basiert auf auswertungen der seite subcreation.net habe ich hier auf der seite auch schon öfters mal gezeigt und letzten endes was die gemacht haben aus allen keys von 16 bis 28 der ersten woche also keys die man nicht einfach im vorbeigehen spielt anhand von verschiedenen statistiken hat ein algorithmus einen score erstellt für tanks für heiler nahekämpfer und so weiter und so fort und anhand dessen eine tierlist für jede spezialisierung erstellt oder für alle rollen sagen wir es so jetzt muss man natürlich sagen das ganze ist jetzt nicht allgemeingültig und beschränkt sich halt wirklich auf sehr sehr hohe keys man kann sagen also wer jetzt nicht im mdi spiel könnt ihr eigentlich spielen was ihr wollt spielt das was euch spaß macht nicht unbedingt das was gerade am besten ist aber in gewissen keys und in einer gewissen stufe gerade jetzt wo man vielleicht noch nicht sofort das gear hat da macht es schon sinn auf klassen zurückzugreifen die einfach besser sind als andere weil sie mehr damage mitbringen mehr unterstützung für die gruppe mehr utility also sachen und daraus ergibt sich dann folgende liste ich habe alles hier drin verlinkt da könnt ihr euch noch mal genauer anschauen wir gehen jetzt nicht alles eins zu eins durch das würde sonst zu lang dauern aber bei den tanks hat sich nicht wirklich was getan der blut todesritter immer noch ganz oben im s tier ziemlich ziemlich guter schaden ziemlich gute cds guter tset bonus also da kommt wirklich alles zusammen war ja auch beim mdi der tank der wahl im b tier haben wir krieger mönch paladin und den dämonenjäger also auch interessant zu sehen dass der krieger wieder ein bisschen mehr aufgeholt hat und abgeschlagen letzter platz im d tier ist der wächter druide bei den heilern hat sich auch nicht viel getan generell hat sich eigentlich nicht viel getan zumindest auf den oberen plätzen der heiligpriester ist immer noch brutal stark guter healing output pi power infusion ist halt immer noch ein so starker cooldown den man auf dds drücken kann das macht so verdammt viel aus da kommen die anderen specks nicht mit schaden ist halt auch eine wichtige komponente geworden auch da bringt der heiligpriester was mit also es ist ein sehr sehr starkes gesamtpaket auch hier im b tier die restlichen klassen mit ausnahme des diszi priesters der weit abgeschlagen unten steht bei den nahkämpfern haben wir noch immer trotz nerf den überleben jäger mit an der spitze der schaden ist immer noch ziemlich gut und er wurde jetzt ja auch nicht so krass genervt dann der gesetzlosigkeit schurke windläufer mönch der wird ja auch ein bisschen genervt der war glaube ich in der letzten season auch noch rms tier anzusiedeln jetzt im aid tier dann dämonenjäger furorkrieger und ganz unten haben wir so klassen die man auch tatsächlich so gut wie nie sieht wildheit druide bzw als druide hast du es im mythisch plus aktuell eh nicht so leicht also eule brauchst du nicht zwingend den tank nicht den nahkämpfer nicht vielleicht noch am ehesten den heiler täuschungsschurke bzw meuchlschurke die beiden specks wenn spielst du outlaw gesetzlosigkeit oder gtfo und der unheilig todesritter schade was da draus geworden ist die waren anfang des addons echt ziemlich stark jetzt nicht mein speck aber soll durchaus spaß gemacht haben aber so geht es manchmal und fernkämpfer der zerstörung hexenmeister ist noch immer an platz eins wurde ja genervt ordentlich genervt allerdings halt außerhalb der cooldowns wenn du vernünftig puls eine gute route hast wo der hexer regelmäßig seinen infernal cd rein blasen kann dann keine chance dann kannst du machen was du willst das sieht man auch noch im raid bei gewissen fights jetzt dass der destro hexer sehr sehr stark ist dann haben wir ein feuer magier auch der demo hexer sehr sehr strong allerdings nicht mit dem krassen potenzial des destros und ganz unten auch zwei specks die jetzt wochenmonate stiefmütterlich behandelt werden akkan magier und gebrechen hexenmeister aber wie gesagt und das habe ich auch noch mit reingeschrieben wir hatten jetzt halt als erst eine woche es ist auch so dass wir bislang nur eine rotation an affixen hatten und da ist es durchaus so manche klassen sind bei bestimmten affixen besser manche schlechter ja das muss man da halt auch mit einbeziehen das hat definitiv auch eine auswirkung darauf warten wir also noch mal ab aber das ist schon mal so ein kleiner richtungs zeig welche klassen aktuell besonders stark sind und damit dank fürs zusehen bis zum nächsten video und rein gehauen bis zum nächsten mal Vielen Dank.